Eine Uhr wie aus einem Guss oder eine Uhr aus dem Fluss? In jedem Fall ist Alexander Schorokow bekannt für außergewöhnliche Uhren und diese Uhr hat zudem eine außergewöhnliche Geschichte. Du bist interessiert? Dann bleib einfach dran! Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich dir die erste Uhr aus meiner neuen kleinen Miniserie zeigen. Es geht um Alexander Schorokow. Alexander Schorokow ist lange schon kein Geheimtipp mehr, sondern eine wirklich bekannte Marke, bekannt durch Farbenfrohheit, extravagantes Design, eine gewisse Opulenz am Handgelenk. Alles dafür steht Alexander Schorokow und die Uhr, die ich dir heute zeige. möchte, ist für Verhältnisse von Alexander Schorokow sogar eher eine dezente Uhr. Es geht um den Neva Krono. Die Neva gab es schon einmal als Dreizeigeruhr mit einer dezentralen Sekunde auf 9 Uhr und dem Alexander Schorokow auf Schriftzug und Logo auf 3 Uhr. Der Krono ist eine Neuauflage in einem gleichen oder ähnlichen Design, wirkt auf mich aber deutlich ausgewogener als die Neva 3 Zeiger. Und darum freue ich mich sehr, die Neva dir heute zeigen zu können. Die Neva ist nicht nur eine Uhr, sondern auch ein 74 Kilometer langer Strom in Russland, der durch Sankt Petersburg fließt. Und so lag es nahe, dass Alexander Schorokow die Uhr, die er auf einer Dienstreise in Sankt Petersburg designt hat, auch Neva genannt hat. So kommt der Name zustande und ich finde, er passt gut zu der Uhr, soweit man überhaupt sagen kann, dass Namen gut zu Uhren passen. Oft ist es ja auch nur eine Gewöhnungsfrage, ob etwas gut, schlecht, passend oder nicht passend ist. Hier finde ich, es passt sehr gut, weil es sich eben auf den Fluss bezieht und auch die Fluss-Elemente sich auf dem Ziffernblatt widerspiegeln. Die Neva Krono oder der Krono mit dem Namen Neva ist aktuell gelistet, also aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos mit 2795 Euro, ist 2021 herausgebracht worden und limitiert auf 100 Stück. Es gibt ihn in unterschiedlichen Farben, allen gemein ist das wirklich ausgewogene Ziffernblatt und das Werk, hier behandelt es sich um ein Automatikwerk, 2030 AS handgraviert mit veredelter Schwungmasse und das Ganze basiert auf einem 2030 Dubois-des-Pras und Alexander Schorokow hat dieses Werk entsprechend aufgewertet. Bevor wir uns die Uhr im Detail anschauen, schauen wir uns doch mal kurz ZDF an, Zahlen, Daten, Fakten, sprich die technischen Spezifikationen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43,5 mm, eine Bauhöhe von 14,4 mm und der Bandanstoß misst 22,5 mm. Die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht, wie die meisten Alexander Schorokow Uhren hat auf der Vorder- sowie auf der Rückseite ein Saphir-Glas, auf der Vorderseite ist dieses auch anti-reflexionsbeschichtet. Verbaut ist ein Wellenschliff-Ziffernblatt sowie am Band montiert ein Alligatorenband. Da kann man mit einiger Berechtigung geteilter Meinung darüber sein. Ich würde es aber an dieser Stelle gerne ausblenden. Die Uhr kommt nun einmal so. Wer es möchte, kann das ja gerne tauschen. Schauen wir einmal, wie die Uhr an meinem Handgelenk sitzt. Als ich diese Aufnahmen gemacht hatte, hatte ich meinen Mark & Sons am Arm und tausche diese jetzt gegen den Neva-Krono von Alexander Schorokow aus. Ich bin nicht der ganz große Fan von grün, muss aber sagen, dass diese Uhr komplett in sich stimmig wirkt und richtig gut und edel daherkommt. Das werde ich natürlich noch in einigen Detailaufnahmen euch zeigen. Denn diese Uhr ist mehr als nur einen ersten, zweiten oder auch dritten Blick wert. Die Uhr gehört zur Avantgarde-Serie. Und der Avantgarde-Serie ist gemeinsam die große 60 auf der 12 Uhr Position, die hier appliziert ist, ebenso wie das Alexander Schorokow-Logo beziehungsweise der Alexander Schorokow-Schriftzug. Ich finde die Uhr absolut harmonisch. Sie ist sehr gut tragbar und vereinbart eine sportliche Eleganz mit entsprechend viel Handarbeit am Werk. Und auch die Rückseite sieht nach meinem Empfinden wirklich sehr gut und hochinteressant aus. Der kleine Sekundenzeiger auf der 3 Uhr ist doppelt geschwungen, was zum einen das Thema Wellenflussbewegung aufnimmt, zum anderen aber auch den Buchstaben N darstellt, für Neva, so wie der Name der Uhr ist. Insgesamt wirklich sehr schön gemacht und außergewöhnlich sowohl in der Formensprache als auch in der Farbgestaltung und wie ich schon einmal erwähnt habe, für Alexander Schorokow-Verhältnisse tatsächlich eher auf der dezenten Seite. Musik 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 So, jetzt schauen wir uns natürlich auch noch an, wie die Zeiger gesetzt sind. Und erfahrungsgemäß sind die Zeiger immer sehr gut gesetzt bei den letzten Uhren, die ich auf dem Tisch hatte. Und das erwarte ich hier auch. Getestet habe ich das noch nicht. Das heißt, was wir hier sehen, ist in der Tat mein, ein authentischer Live-Eindruck und sie sind absolut perfekt gesetzt. Der Minutenzeiger trifft den Stundenzeiger komplett mittig. Da gibt es überhaupt nichts daran auszusetzen. Wie ihr bei der Aufnahme sehen könnt, die Zeiger sind polierter Edelstahl. Es gibt keine Leuchtmasse auf diesen Uhren. Folglich gibt es in diesem Video auch keinen Nightshot. Was ihr aber sehen könnt, ist, dass das aufwendig gestaltete Ziffernblatt mit den georgierten Wellen auf zwei Ebenen sich aufteilt und die Minutenindizes nicht gedruckt oder appliziert sind, sondern vertieft unter dem grünen Ziffernblatt liegen. Ein Detail, was man erst beim zweiten oder dritten Hinschauen sieht, was mir aber wirklich gut gefallen hat, weil es der Uhr nochmal eine gewisse Tiefe und einen gewissen zusätzlichen Charme gibt, den ich bei anderen Uhren so nicht feststellen konnte. Ebenfalls auffällig finde ich, dass der silberne Ring, auf dem die Minoterie angebracht ist, nicht nur einfach silbern oder weiß ist, sondern es auch hier radiale, kleine Ringe und Gravuren gibt, sodass selbst dieser Ring mit der Minoterie nochmal in sich selber eine Struktur aufweist und nicht einfach nur plain vanilla glatt ist. Die Totalisatoren für die Minutenzählung der Stopp-Minute als auch die kleine Sekunde liegen vertieft. Die Hilfszifferblätter sind also vertieft und auf der Krone ist nochmal das Alexander Schorokow-Logo mit Schriftzug versehen. Ganz klein und fein. Ihr könnt hier im Bild sehen, um wie viel ich es vergrößert habe. Das gibt einen Eindruck davon, wie klein, filigran und fein das Ganze gestaltet ist. Die Rückseite ist ebenfalls ein Blick, den man nicht zu verstecken braucht. Ein schön gestalteter Rotor, eine aufwendig gemachte Bedruckung bzw. Gravierung der Rückseite. Viel fürs Auge. Wie gesagt, eine gewisse Opulenz, obwohl diese Uhr für Alexander Schorokow eher dezent wirkt und nicht ganz so laut und farbenfroh ist wie andere. Das hier ist, so würde ich es bezeichnen, die sportliche Eleganz aus dem Hause Alexander Schorokow. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch sehr gerne noch meine anderen Videos zu Alexander Schorokow an. Ich habe ein Übersichtsvideo gemacht, was ich euch am Ende verlinke. Es kommen noch mehrere andere Videos zu Schorokow-Uhren, allesamt sehr sehenswert. Ich freue mich drauf, sie zu machen und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr sie euch auch anschaut. Bis dahin, bleibt gesund, und erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.